Liebe Mitglieder des FCK, herzlich willkommen zur ersten virtuellen Mitgliederversammlung in der 120-jährigen Geschichte des Vereins. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Durchführung unserer Mitgliederversammlung 2020 auch im ersten Quartal 2021 nicht als Präsenzveranstaltung möglich. Wir erklären hier, wie das Ganze konkret ablaufen wird und wie alle Mitglieder an der Veranstaltung teilnehmen können. Bitte beachten Sie, dass sich diese Erklärung hauptsächlich auf PC und Laptop bezieht. Die Nutzung anderer mobiler Endgeräte ist ebenfalls möglich. Dabei kann es allerdings zu einer verkleinerten Darstellung kommen. In der E-Mail mit Ihren individuellen Zugangsdaten finden Sie die Webadresse, über die Sie an der Veranstaltung teilnehmen können. Diese Adresse einfach in den Browser eingeben und anschließend auf die Web-App klicken. Für Mobiltelefone stehen entsprechende Anwendungen ebenfalls zur Verfügung. Tragen Sie jetzt die Meeting-ID in das entsprechende Feld ein. Sobald Sie auf Teilnehmen geklickt haben, werden Sie aufgefordert, eine Zustimmungserklärung abzugeben. Der Disclaimer mit Hinweisen zum Datenschutz gibt Ihnen die Transparenz über die Verarbeitung und Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten. Ohne Zustimmung kann kein Zugang zur Veranstaltung gewährt werden. Sobald Sie diesen Schritt erledigt haben, werden Sie nach dem Benutzernamen und dem dazugehörigen Passwort gefragt. Ihr Benutzername, welches Ihre Mitgliedsnummer ist, die Meeting-ID sowie Ihr individuelles Passwort haben Sie per E-Mail von uns erhalten. Bitte beachten Sie, dass das Passwort individuell für Sie bestimmt ist und nicht weitergegeben werden darf. Nach dieser Eingabe haben Sie sich mit Ihren personalisierten Daten erfolgreich eingeloggt und können nun die Mitgliederversammlung verfolgen. Auf der linken Seite Ihres Bildschirms finden Sie alle Informationen rund um die Veranstaltung. Auf der rechten Seite des Bildschirms läuft der Livestream und darunter sehen Sie die begleitende Präsentation. Um einen Wortbeitrag anzumelden, klicken Sie auf das mittlere Icon auf der linken Bildschirmhälfte, das Nachrichtensymbol. Tippen Sie, nachdem sich das Dialogfenster geöffnet hat, Ihre Anmeldung am Ende der Seite ein und senden Sie diese ab. Das Nachrichtensymbol kann je nach verwendetem Endgerät sowohl oben als auch unten auftauchen. Bitte beachten Sie, dass Sie für einen Wortbeitrag über eine funktionierende Kamera sowie ein funktionierendes Mikrofon verfügen müssen. Während dem Wortbeitrag werden Sie für alle Mitglieder sichtbar mit Ihrem Namen im Livestream erscheinen. Wir bitten Sie, Beleidigungen zu unterlassen sowie sachlich und respektvoll zu bleiben. Ganz rechts finden Sie einen Reiter, unter dem am Veranstaltungstag alle relevanten Dokumente wie Tagesordnung, Begleitheft und Jahresabschluss hinterlegt sind. Kommen wir nun zu den unterschiedlichen Abstimmungsverfahren. Sobald eine Abstimmung ansteht, öffnet sich für alle stimmberechtigten Mitglieder ein entsprechendes Abstimmungsfenster mit der dazugehörigen Frage- oder Beschlussfassung und den jeweiligen Abstimmungsmöglichkeiten. Wie viele Antworten Sie auswählen können, steht unter der jeweiligen Frage- oder Beschlussfassung. Ihre Stimmabgabe wird farblich hinterlegt angezeigt. Sie haben sich vertippt? Kein Problem, klicken Sie auf Abbrechen und treffen Sie Ihre Auswahl erneut. Bei einer Abstimmung mit Mehrfachauswahl müssen Sie die Auswahl mit Senden bestätigen. Bei einer Einzelabfrage müssen Sie lediglich Ihre Antwort auswählen und diese wird nach Ende der Abstimmung gewertet. Die Abstimmungsergebnisse werden ebenfalls auf der linken Bildschirmseite dargestellt. Am 22. und 23. Februar haben Sie die Möglichkeit, sich testweise anzumelden. Sollten Sie noch weitere Fragen zur virtuellen Mitgliederversammlung haben, wenden Sie sich bitte an mitgliederversammlung.fck.de Wir wünschen viel Spaß bei der ersten virtuellen Mitgliederversammlung des 1. FC Kaiserslautern. Wir wünschen viel Spaß bei der ersten virtuellen Mitgliederversammlung des 1. FC Kaiserslautern. Wir wünschen viel Spaß bei der zweiten視 Anne! Das wäre auch anges78- fachotag.